Moin Moin, willkommen zurück zu einem neuen Gameplay und heute habe ich mal was ganz Neues auf dem Kanal und zwar statt einem Gameplay haben wir heute 5 oder 6 verschiedene Gameplays, die ich zusammengeschnitten habe, die ganzen Highlights aus den einzelnen Spielen zusammen in einem Video und ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das für euch vorzubereiten. Eure Meinung interessiert mich natürlich, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Art von Videos findet, ob ihr das feiert oder ob ich doch lieber auf ein Gameplay pro Video gehen soll, was ihr dann seht mit den ganzen Rotations und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer Runden, in denen am Anfang irgendwas Geiles passiert, dann ist es langweilig und die seht ihr dann natürlich nicht, weil kein Mensch guckt sich sowas an und so habe ich halt auch mal die Möglichkeit, geile Momente aus irgendwelchen Runden, die am Ende doch nichts geworden sind, für euch vorzubereiten und euch zu zeigen. Ich finde es auf jeden Fall mega nice, sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet, ich will jetzt auch gar nicht zu lange reden, es geht nämlich direkt los, also viel Spaß mit dem Video, wie immer, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht ein Like da zu lassen, wenn es euch gar nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ach, guck mal runter, Bro. Down. 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 An der Seite, F. Ist oben bei euch am Dach. So habt ihr mir nicht angezeigt, weil das ein Ding ist. Er kommt hier vorne. Ich mach tschüss. Das wird mir ein Öffner. Einen down. Einen down. Alle tot. Zauberhaft. Nein. Und der verkackten, überlebte Seite. Klettert einer hoch? Down. Boah, hier gibt es ein Schalter. Boah, hier gibt es ein Schalter. Ist weg, ist weg, ist weg. Ich geh wieder rüber. Hier oben bei euch ist einer drin. Hab ich. Das ist ein Schalter. Und der finisht mit seiner Scheiß. Mann, die Osten. Ich probier direkt auf meiner Kiste zu landen, rechts Gequackt Da war jungs Na drehs Low, low Down, 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 down Ja, ihr und euch mal Runde ist eh nicht geil bei mir Ich warte, bis F gemüttert wird Ich guck's mir an, ich guck's mir an Hol dir! Der ist hier voll rausgesprungen F Guck, der läuft hier unten durch F Hol dir! Der will's jetzt oder nicht? Wer wusste denn? Hol dir! Lass F Der schießt auf mich, junge Katze GG Mann, Alter Das hat aber gedauert jetzt Und ich weich noch so aus mit der devotion auf mich So, wirklich auch genau so GG Boah war das ein niedrigender Tod, Alter Ich hab nur gedippt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ist der schon bei dir? Ja Ist der schon bei dir? Misch Stronen Und der linkdreffen Hol dir den anderen? Oh, Loba Yes Lärft doch nicht Was ist denn hinter dir? Lass mich Doch hinter uns hinter uns Ja, 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 ja Richtig gehört Und dann landet auch noch irgendwas von uns Komm den hier holen Komm der nächste Die ist super low Warte, dann bin ich da Bin da So ist die Hab ich Stark, Junge Der Mirage ist Gold Was soll man scannen? Stehen da oben, Digga Ein Daumen Hier, 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 hier Go, 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 go Lass mir den GG Kann das gemacht, Digga GG, Alter Gott sei Dank Den Schwitzer, der mich geschwitzt hat Wieder zurückgeschwitzt Ja, korrekt Wieder so ne weirde Ruckser, Alter Nichts, nichts, nichts gemacht Zwölf Minuten Aha Oh, was? Ja, da kam ich bisschen ungünstig Ich wollte den König Ja Ja Alles gut Weifenskill Kavami, Kavami, Schollitz ne Sip Kavami, Schollitz ne Sip Kavami, Schollitz ne Sip Gib ihm Bucca Buccer Down Super low Super low Kavami, Schollitz ne Sip Die Pisser, jetzt mal ein paar Button Ach, guck an boah ist der legge also dass der partner des todes jungs lasst mir den danke ja du brauchst da nichts auf alter das mich nicht wie sturm mache ich eben er ist krank können sie klettert hier was hoch Nicht kaputte Haus bin ich dumm, aber ich wollte sagen, lass mal ins kaputte Haus, hat aber einen Hänger in meinem Kopf drin und deswegen sind wir da gelandet, wo wir gelandet sind. Vorne am Eingang, guck vorne hier durch, guck hier durch. Ja, ja, ich guck, ich hab ja schnell die Drohne gestritten. Obendrauf, obendrauf, obendrauf. Da ist mein Auto eben richtig ausgeflippt. Jetzt auf zwei. Ich muss hinten lang. Ich brauche noch vier Sekunden für meinen Phönix. Oh shit, Jungs. Das müssen wir da reinkommen. Habt ihr noch 10? Geben weg. Habt ihr jetzt alles schießt da, Alter. Oh mein Gott. Ich hab' keine gute Sip, aber eine Sip. Ja, ey, ey, das war jetzt Panik. Ist doch gut, ey. Von oben. Boah. Ey. Drop hinten runter. Das sollte hier Respa sein, oder? Ja, die von hinten können nicht sein. Könnte klappen. Das ist eine. Das ist eine. Ich hab' keinen. Ich hab' keinen. Die von hinten runtergekriegt. Das ist unser Sip. Du brauchst mit mir. Im Herzen, ich hab' keine Angst, wer die schwer hatte. ich muss halt ich muss warten ich muss warten Sorry, war es nicht. Hey, kannst du ja nix. Wär sowieso gestorben dort, waren drei Leute. Ich kann mal nur nicht hoch, ne? Komm Mike. Der Rüstung ist leer, ne? Mike, da läuft er. Cracked. Fleisch, Fleisch. Alter, der hat einen, 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 einen AP. Hier hinten 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 hinten! Einen down, einen down, einen down. Lifeline down. Oh, die noch eben, ich hab keine Rüstung, gar nicht da gedacht, dich Idiot, ey. Boah, ich gefreit. Starkes Ding, Alter. Bedien dich, Digga, bedien dich. Ja, dabei. Ich bleib auf der Seite. Ich kann hier nicht durch, ey, scheiß Gold. Hattest du nicht 8 Arcts da? G-Fucking-G, Alter. Der ist rüber gedülzt, gedülzt. Ich brauche leichte. Halb dippen halt. Das ist auch ein Caustic, ja. Ich hab 270, komm her. Komm her. Danke dir. Okay, Caustic und Rev. Und Raid. Raid hat blau. Er spielt so eklig, Alter. Raid hat blau. Raid hat blau. Raid hat blau. Raid hat blau. Er spielt so eklig, Alter. Tastische Geräte. Caustic super low. Caustic da. Rev-1. Down. Da müssen wir die Linger dicht machen. Okay, ich gehe nur mal... Gebrochen auch Wie siehts aus Mauern zum Bescheid, wenn die Wuppen kommen sollen Alles goody Aber ist das gewinnbar, dann würde ich auch gerne mitmachen Naja, gerade nicht Also war es, aber ich hab in meinem Magazin verkackt bei dem Bloodhaut Zweite von unten Ja, der steht hier unten Hier ist noch einer 105 auf 10 Mike, goldener Rucksack Ich hab schon einen Ich hab schon einen 49 auf dem rechten Boah, sitzt der da eklig Wir müssen dann mitspielen, oder? Ich hab doch hier oben eine Suppe Auf die Bahn, dann stehen wir ganz gut da Ich glaub wir werden gleich noch Rapp gepusht von der Seite Ich seh die Leute nicht Wo kam mit der denn da? Wir bleiben links 72 Ne Quatsch Ne, ne der sitzt da 72 auf den Angriff Nehmt sie jetzt Ich muss Ich krieg mir den gepusht Ich geh links pushen Ich bin oben Okay, dann mach ich erstmal nix Hintenrum Kannst du hier scannen? Oh fuck Nein Sorry, Jungs Okay, 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 Mike Ich hab mich das denn verknackt Ne, ne, scheiß drauf, die haben mich nicht geholt Absolut wohl von mir Sorry, Jungs Leifleiten super gebuttert Oh mein Gott, ey Ist das denn 3? Ja 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 Der ist super low 3 Mike Rechts Hier, 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 hier Hier, hier, hier Ah Klatschen und immer noch Wann Wenn man den goldenen hat Wieser Klatsch am Ende Und ich rutsche von der Achterbahn Von der Autobahn Wie so ein Schmock, ey GG, Jungs, Alter GG Boah, nicht meine Runde, aber dickes GG, ey Boah, hab ich einen Puls, Alter Und ich rutsche von der Achterbahn